Feierst du und du kein Video verpassen möchtest du, dann flank doch mal den Abo-Button, dann bleibst du immer up to date. Und die hab ich mir angeschaut, die sieht verdammt geil aus, die wollte ich euch zeigen. Und ich würde sagen, wir müssen das Haus verlassen, um die Map zu beginnen. Und was ist das denn da? Dann sagt sie uns, hallo kleiner Village, kleiner Siedler. Ich bin zurückgekehrt, um meine monatlichen Fahrnäden zu bezahlen. Oder ich werde dein Haus, dein Doofen zerstören. Bitte war es, du bist ziemlich gemein. Okay, jetzt soll ich dir wahrscheinlich hinterherlaufen. Okay, Alter, der ist ganz schön schnell. Die Warte glitscht, das. Der Riesendrache ist zurück und er möchte 800 Gold, wir haben aber keine. Okay, du denkst vielleicht, es gibt keinen Weg.